Aluminium. Es ist natürlich schön. Vieles macht es leichter. Es gehört zu unserem Leben. Aluminium ist die leichte Alternative. Jetzt und für die Zukunft. Hier entsteht viel davon. Unter dem Dach von Alunorv. Im größten Walz- und Schmelzwerk der Welt. Bei Alunorv wird reine Qualität produziert. In einem Produktionsprozess, dessen Perfektion und Sicherheit weltweit führend sind. Und führend ist Alunorv auch bei Energieeffizienz und Klimaschutz. Anerkannt in der Fachwelt und in der Politik. So entstehen in jedem Sinne hochwertige Walzprodukte. Weit über 1,5 Millionen Tonnen werden an die weiterverarbeitende Industrie geliefert. Jedes Jahr. Wir beginnen mit dem Schmelzen. Mit außerordentlicher Qualität von Anfang an. In die Schmelzöfen werden nur saubere, reine Aluminiummasseln, Fertigungsschrotte und Flüssigmetall eingesetzt. Und der Recyclinganteil steigt. Das ist nachhaltig. Das ist wirtschaftlich. 120 Tonnen fast ein Ofen. Leuchtende Glut. Präzise gesteuert. Bei Temperaturen von über 700 Grad Celsius. Zur Qualität gehört Sicherheit. Sie steht immer an erster Stelle. Bei allem, was wir tun. Auch hier haben wir Erfolg. Die Zahl der arbeitsbedingten Unfälle ist bei Alunorv stetig gesunken. Bis weit unter den Durchschnitt der metallverarbeitenden Industrie Deutschlands. Das ist kein Zufall. Das ist eine Sache absoluter Priorität und gezielter Maßnahmen. Und es ist Teamarbeit. Alle Mitarbeiter sind dabei. Bei Sicherheit rund um die Uhr. Sieben Tage die Woche. Unser Ziel bleibt ehrgeizig. Unfälle und berufsbedingte Erkrankungen völlig zu vermeiden. Durch systematische Sicherheit und eine professionelle Gesundheitsvorsorge. Wir kommen zum Gießen. Zweifach wird aus Metall gefiltert. So entsteht die nötige Reinheit. Eine Voraussetzung für hochwertige Produkte aus unserem Aluminium. Walzbaren werden präzise gegossen. In genau definierten Legierungen und Abmessungen. So, wie es der Kunde wünscht. Beeindruckend sind auch die möglichen Größen. Barren von 600 mal 2200 mal 9000 Millimeter. Stolze 9 Meter Länge und ein Gewicht von 32 Tonnen. Sorgfältig werden die Barren bearbeitet. Für optimale Oberflächeneigenschaften beidseitig gefräst. So entsteht die Qualität, die die hohen Ansprüche unserer Kunden zuverlässig erfüllt. Auch hier die besondere Qualität von Alunorf. Beim Warmwalzen. Auf bis zu 600 Grad werden die Barren vorgewärmt. So erreicht unser Material die notwendige Homogenität. In der Vorstraße wird der Barren auf bis zu 34 Millimeter Dicke heruntergewalzt. In 13 bis 25 Walzstichen. Die jetzt 150 Meter lange Platine wird anschließend in der Fertigstraße auf eine Dicke bis zu 2 Millimetern reduziert. In nur einem Durchlauf. Und das bei einer Walzgeschwindigkeit von 480 Metern pro Minute. Das Warmband wird zu Coils von bis zu 2,7 Metern Durchmesser aufgewickelt. 300 Grad sind die Coils noch heiß, wenn sie ins Lager transportiert werden. Die konsequente Linie bei der Kommunikation. Auch sie bringt Erfolg. Die Position von Alunorf wird gesichert durch hervorragend qualifizierte Mitarbeiter und leistungsfähige Anlagen. Alunorf ist eines der besten und effektivsten Walz- und Schmelzwerke der Welt. Alunorf erfüllt die strengsten Anforderungen hinsichtlich Arbeitssicherheit, Umweltschutz und Qualität und übertrifft sie vielfach. Dazu gehören ständige Verbesserung und Offenheit im Dialog. Auch nach außen, zu Kunden, Nachbarn und Behörden. Alle unsere Mitarbeiter sind konsequent dabei. Durch klar geregelte Information, Qualifizierung und Weiterbildung bleibt Alunorf an der Spitze. Weltweit. Und hier wird kaltgewalzt in mehreren Stichen bis zur gewünschten Bandstärke. Modernste Mess- und Regeltechnik gewährleistet eine gleichmäßige Dicke bis runter zu nur noch 0,2 mm. Mit engsten Toleranzen und Breiten von mehr als 2 Metern. Auch die Geschwindigkeiten können beeindrucken. Bis 2000 Meter in der Minute. Das sind 120 Stundenkilometer. Die fertigen Bänder werden in der Adjustage je nach Kundenwunsch maßgerecht konfektioniert. Besäumt und längs geteilt. Alles, was abgefräst und abgeschnitten wird, das wird sofort mit den anderen Fertigungsschrotten dem Produktionsprozess wieder zugeführt. Damit schließt sich der Kreis zum Schmelzen. Nichts wird hier verschwendet. Doch die Produktion, das ist nicht alles. Wir haben Arbeitssicherheit geschaffen und weiter gesteigert. Beste Qualität durch ständige Verbesserung, das gilt für alle und für alles bei Alunau. Aluminium ist ein dauerhaftes Metall und wir können es unbegrenzt recyceln. Ohne jeden Qualitätsverlust, aber mit enormer Ersparnis. Nur noch 5% der ursprünglichen Energie werden dafür benötigt. Zu Flüssigmetall umgeschmolzen fügen wir es dem Produktionsprozess wieder zu. Ein perfekter Kreislauf. Schon seit Jahrzehnten setzt Alunau auf Energieeffizienz und den schonenden Einsatz von Ressourcen. Heute sind wir auch in diesem Bereich führend. Mit klimaschonenden Produkten für Verpackungs-, Verkehrs- und Bauanwendungen helfen wir auch unseren Kunden, bessere Beiträge zum Schutz von Klima und Umwelt zu leisten. Auch damit tragen wir bei zu einer lebenswerten Zukunft. Für unseren Standort, für unsere Umwelt, für kommende Generationen in aller Welt. Diese Werte stecken in jedem Band, das unser Werk verlässt. Von Alunau geht es zur Weiterverarbeitung bei unseren Partnern oder deren Kunden. Walzprodukte aus Aluminium werden überall im täglichen Leben eingesetzt. Aluminium ist leicht und spart dadurch Energie. Aluminium schützt vor Licht, Sauerstoff und Keinen. Aluminium hat eine unverwechselbare Optik. Aluminium wird durch Recyceln immer wieder neu. Aluminium ist das dauerhafte Metall für unsere umweltbewusste Zeit. Aluminium – Garant für unsere Zukunft. Aluminium wird durch Recyceln immer wieder neu verلمст. Ein Walzwerk für die Welt. Für eine bessere Welt. Untertitelung des ZDF, 2020